Musik Könnt ihr unseren Rallye freimachen, Hauptwurz und MG? Ich seh noch gar nicht Wir haben einen MSB nach vorne Ja Dann haben sie aber Jetzt können wir hier die Panzersparen wegspringen und dann hoch zum Funk Ja, halt jetzt, Achtung Funker mit mir mitkommt, Funker, ein Mob ein Ich komme Ich sollte das Ding doch abbauen Ja Ich habe jetzt auch keine Replikings von denen gesehen Ich habe hier mehrere Kontakte auf meiner Leiche oben im Norden Wir können die Straße rum so schön, die Rallye sind ab Ich mach was ja hier Jo Ach du bist es, da durch den Weg Ja Ja Ich mach mal die Ziele im Norden Ey, das ist ja schon Wir müssen echt viel auf die Map gucken, wenn du dort drüben an dieser Stellung bist Ja mach mal Dankeschön Liegt der hier am Bach rum und ruht sich aus Ah, ich sag's wirklich nicht, sorry Ja 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 ansonsten ist das eine gute Stellung dort drüben Problem ist die Acht Ach, die Acht Acht auf Entfernung, richtig einzuschießen ist auch schwer Ja, aber wenn die trifft, die hat dann diesen krassen Splash Damage, finde ich Wenn sie trifft, dann auf jeden Fall Frank, please Ja Wenn persönlicher Sunny ist wieder da Finde ich gut, finde ich gut Na weh Vorher Da Dauern Ja Dauern Dauern Da Dauern Beine sind hier, vor uns, vor uns Beine sind hier oh nein die schweine haben welt getötet ist hier ein msp da steht ein msp vor uns ah tut mir leid mante ich schaue mal ob du hinter diesen holzstapel schießen kannst ich gehe mal an versuch mal ich gehe mal an Ah, f*** aber am nächsten Fenster Jetzt geht's los Ab ihn! Jetzt sind es die nördliche Seite. Nein, Spritzi! Du darfst auch mal! Die Kirche ist immer noch heiß. Ich probiere einen zweiten Anlauf. Warte auf mich! Geballter Lade. Er rennt schon mal los. Jetzt kannst du. Zwei noch drin. Zwei Mann noch in der Kirche. Ich zähle auf dich. Hab nur Blick auf Kirche. Die Tür siehst du, ne? Die Vordertür? Ja. Okay, mal kurz Feuer stellen. Ich kreuze. Und weitermachen. Unterbeschuss. Ja, die kämen in der Kirche. Großangriff aus Nord. Wir brauchen einfach eine Bombe von Kirche. Großangriff aus Nord. Nochmal. Bunker. Versuch mal in Richtung Dorsten durchzukommen. Vielleicht kommen wir zu Squad 5. Oh, Bunker. Biss aus dem Punkt raus. gut. Du wirst mit ihren Anbelangst. Der größte Sneak Caps da unten. Nee, ich habe das raus. Okay. Das ist ein kleines Gehüter, glaube ich! Ich komme bis nach dem kleinen Gehüter, glaube ich! Mann, sehr krass! Eine Minute! Ah, vielleicht halten wir uns nur die 50 Sekunden. Achso, wir haben ja nicht zurückgekehrt. Starten. Ja. Erpunkt hate. Ah, da war es eine schwere Geburt. Ja, das ist das Wort. Oh, da war es eine schwere Geburt. Ja, wir haben abgeräumt. Ticketmäßig wäre es beim nächsten Punkt eh vorbei gewesen für die. Oh, da war es eine schwere Geburt.